hallo meine freunde der sonne da sind wir wieder und weiter geht's mit starwurst hd muss dann immer dazu schreiben hd ist immer ganz 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 wichtig sonst schalten die leute nicht drauf obwohl ich sagen muss das ist kein hd aber gut 2.2 ich glaube folge 2.2 gucken wir mal rein so sieht hd aus ne also ich verpiss mich dann mal ich bin mit meiner scheißhausfirma um, tschüss ey man obi bist du schon wieder am wahn oder san schon wieder solo meine robotereier vibrieren kannst du jetzt endlich mal die presse halten wir müssen ganz schnell zu den jürzer mein schwanz fängt schon an zu sprechen ich bin neidisch auf dich ich hätte gerne nen schwanz der mit mir spricht und mir die sterne vom hügel holt das wäre doch toll oder du bist echt so eine notgeile fotze das gibt's gar nicht hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ich würde mich sowas von verlaufen, also ohne Scheiß, ich würde mich, selbst wenn ich in der Gegend hier schon tausend Jahre leben würde, ne, ich wüsste immer noch nie, wie man zum Beispiel zum nächsten Aldi kommen würde. Ne, das ist, Alter, was ist denn da für eine Stadt? Jetzt mal ganz ehrlich, ich würde mich sowas von verlaufen. Tschüss Opa, wir sehen uns in einem Kleidungsschrank. Dann warte mal, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie hier ein Reizwächer aussehen, willst du es dir nicht mal ansehen, ne? Naja, Aldi, ich muss jetzt gleich los, vielleicht. Warum bist du schüchtern? Wir sind doch zwei Männer. Hey, vielleicht können wir uns auch hinten einfach ein bisschen mehr kennenlernen. Ich lieb keine Männer, du ruhig. Nein, wer sagt denn das für ein Wiggen? Du sollst dir nur noch mein Kleid in den Mund stecken. Ich bin nicht so nahe, such dir eine andere Schlampe, kapiert? Du, Trottel, irgendwann möchtest du dich nochmal von dem Ost in die Kiste locken lassen, und das wär durch sein. Der soll sich ein Rubbeln geben, ey. Ja, ganz normale Gespräche. Also ich finde ja, dieser Planet ist so friedlich. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wirklich. Die hat die neuen Kopfhörer von iPhone hier, ne? Da, seht, guckt euch mal die im Hintergrund an, die linke. Die hat die neuen iPhone-Kopfhörer. Ne? Finde ich cool, ich hoffe, die kommen bald raus. Ähm, sieht ein bisschen komisch aus, aber die würde ich mir sowas holen. Ne, solche Kopfhörer. Die haben, die haben Style. Gehen wirklich? Tja, manchmal trügt der Schein halt eben, in diesem Fall Spohn. Oh, das ist nicht gut. Hab ich recht? Ähm, können die mich bitte nicht umbringen? Ich will noch weiterleben. Keine Sorge, wir werden sie nur Medium grillen. Und mich dann in Konservensitzen verteilen, oder was? Psychophant? Ja, da ist ja ein bisschen überfahren. Hey, oh, hey, oh. Okay, 20 Euro für 10 Minuten. Mein Opa und meine Oma haben schon... Das haben halt nicht Euro für 10 Minuten. Das ist das für notgeiles Keil. Alter, ich werde dir die Schrauben aus dem Analsektor ficken. Boah, mein scheiß Opa, der Inhalator will wieder zu mir sprechen, ey. So ein Scheiß, ich habe keinen Nerven dafür. Meine Scheißhausfirma geht dem... Wach, oder Mann, wie sieht es denn hier aus? Hier unter der Brücke, ey. Ey, Opa, soll ich denn glasen, oder was? Schön, dich zu sehen, mein Enkel. Es ist schon so lange her, du bist Schokolade für die Augen. Ey, komm zur Sache. Lass mich aussprechen, du geleckte Möse. Ey, Opa, tut mir echt leid, sorry. Hast du noch was zu sagen? Meine Sachen sehen aus wie vom KKK. Oh nein, wieso das denn? Wer hat sie dir verkauft? Es war ein Mann namens Obi-Wan. Er gab mir als Bonus noch das Spiel Counter-Strike Source. Seitdem werde ich als Killerspieler bezeichnet. Ah, schön. Sehr, sehr schöne Folge wieder. Ähm, nee, das hat mich wieder erfreut, dass ich darauf reagieren durfte. Ähm, ich finde die Stadt immer noch voll hässlich, ne? Vor allen Dingen auch, stellt euch mal vor, ey, wo ist denn das Bild nochmal? Warte mal, hier irgendwo, ne? Wo hat denn das mit dem Bild? Das war, ja, hier, doch, hier habe ich das gerade gehabt. So. Na gut, nicht ganz das Bild, was ich vorhin hatte. Aber, hier könnte man ja mal ein paar Bäume anpflanzen, ne? Das sieht ein bisschen kacke aus, ne? So ein, zwei Bäume, so. Oder mal einen Spielplatz irgendwo hinpflastern. Gut, vielleicht gibt es da Spielplätze und Bäume. Man weiß es nicht, aber sieht ein bisschen hässlich aus, ne? Also, ne? Und das andere Hochhaus hier im Hintergrund, das größte, sieht ein bisschen aus wie eine Rakete. Stellt euch mal vor, ihr zieht das so ein, auf einmal fliegt das Ding los, Richtung Mond. Ihr habt euch da gerade so eine Wohnung gemietet, ne? Und dann fängt das Ding an, loszufliegen, Richtung Mond. Wäre schon ein bisschen heavy, ne? Wird mir nicht so gefallen, aber na gut. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schickt mir bitte mehr Vorschläge, würde mich freuen. Und wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in einer nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüß.